Hallo, hier ist der Chris mit einem weiteren Tutorial für euch und zwar aus dem Bereich OpenOffice Calc. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie das mit dem V-Runden funktioniert. Eine super Funktion, denn mit V-Runden habt ihr die Möglichkeit anhand von einer Basis und dem Vielfachen davon halt entsprechend auf- oder abzurunden. Die Funktion selber stellt zwei Parameter zur Verfügung und die trage ich jetzt erstmal hier ein, damit wir flexibel gleich mal ein bisschen rumspielen können. Und zwar der erste Parameter ist die Zahl und der zweite Parameter sozusagen die Basis oder das Vielfache davon. Und ich schreibe jetzt einfach mal hier Vielfaches und als nächstes halt dann Ergebnis. Aber darunter schreiben wir ja gleich die Formel. Ich werde jetzt hier auch direkt darunter die Formel eintragen. Wir hatten ja gesagt, wir wollen V-Runden, das heißt gleich, also ein gleicher Zeichen, um die Funktion auszulösen, dann V-Runden und sobald wir die geöffnete Klammer hier eintragen, bekommen wir schon angezeigt, welche Parameter erwartet werden. Ich hatte ja gesagt, das sind zwei, also können wir jetzt hier die Zahl nehmen. Und da wir flexibel sein wollen, nehme ich einfach diese Zelle hier, wo noch nichts drin steht, aber gleich. Und hier werden halt die Koordinaten von dieser Zelle dort eingetragen. Und das wird ja gleich automatisch ausgelesen. Ich gebe da ein Semikolon ein und als nächstes wird das Vielfache sozusagen abgefragt, also die Basis und das Vielfache davon, das wird ja automatisch berechnet. Und hier gebe ich auch diese Zelle ein, einfach raufklicken mit der linken Maustaste. Und dann werde ich die Funktion schon mit einer schließenden Klammer fertigstellen und Enter drücken. Nehmen wir mal an, wir haben eine Basis und wir sagen jetzt, okay, wir möchten jetzt immer sozusagen auf- oder abrunden auf eine bestimmte Zahl. Und ich nehme jetzt einfach mal die, was nehmen wir, die 10. So, wir können natürlich andere Werte gleich noch eintragen. Und jetzt kennt ihr das ja vom normalen, vom normalen, buchhalterischen Runden. Runden, ich habe jetzt eine 4 und wenn ich als Zahl eine 4 eingebe, naja, na klar, dann wird auf 10 natürlich noch abgerundet. Gebe ich aber schon eine 5 ein, dann wird aufgerundet. Gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Gebe ich eine höhere Zahl ein, zum Beispiel 14, dann steht da immer noch 10. Sobald ich aber 15 eintrage, wird natürlich schon wieder das nächsthöhere angesprochen und dann steht hier 20. Das könnt ihr natürlich auch mal so weiterführen. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt hier 99 eingebt, dann wird als Ergebnis das Vielfache davon von diesem hier eingetragen, also 100. Und wenn wir hier zum Beispiel 50 eintragen, dann kommt immer noch 100 raus. Gebe ich hier aber zum Beispiel 70 ein, dann kommt nur 50 raus, weil das halt näher dran liegt an der ersten 50. So einfach ist das. Also ich finde die Funktion total cool und damit lassen sich halt so wie Sprungmarken erstellen. Also das heißt wirklich in diesen Schritten halt Ergebnisse erzählen. Und wie gesagt, ich hoffe, den einen oder anderen konnte ich das ein bisschen näher bringen und ihr könnt ja selber damit noch ein bisschen rumspielen. Ich klicke hier nochmal kurz rein. Ihr könnt euch ja nochmal anschauen, wie ich das hier aufgebaut habe. Und damit habt ihr die Möglichkeit, das ja so nachzumachen und damit so ein bisschen herum zu experimentieren. Wie gesagt, ich hoffe, den einen oder anderen hat das Tutorial schon ein wenig weiter geholfen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Und dann sehen wir uns sicherlich beim nächsten Tutorial. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.